Was hier an Größe fehlt, macht sie mit Feuerkraft wett. Sieh zu, wie sich die Gegner aus Angst vor ihrem Stachel in alle Wände zerstreuen. Okay, das ist einfach die gleiche Waffe für die Lady, oder? Genau. Ja, die ist ein bisschen besser, wie es aussieht. Ist auch 20 oder mehr. Aha. Sonst hat sie nichts. Nichts. So. Das ist eine Waffe. Nichts brennt heißer als der Zwergstern. Mal abgesehen von der Chilischotte, auf die du gerade gebissen hast. Okay. Oha, was ist das? Oh, das sieht geil aus. Stoßschaden. Ja, ich kann mir vorstellen, für was das ist. Es stoß nämlich. Vermöbelt eure Gegner überall, wann immer ihr wollt. Guck mal, Deckungsschaden. Gering. Und bei denen? Gering. Auch gering. Okay. Die haben auch 10 Felder. Gut. Dann schauen wir mal bei dem. Bei der Waffe. Hoffentlich haben die Rabbids dafür nichts wichtiges zerlegt. Etwa ein Düsentriebwerk. Oder einen Hydro-Elektrischen. Dann. Okay. Treffer- Das macht gleich viel. Ach, Feuerschaden. Oho. Oho. Gegen Hubser. Plus 30% Feuerschaden. Ja, ich glaube, ich kaufe das. Oder? Ja. Ja, ja. Kaufen wir. Okay. Soll ich? Okay, ich kaufe. Ja. Ausrüsten? Ja. Natürlich. Nein, ich will nicht. Ich will nur kaufen. So. Okay. Nach einer Stunde. Hey. Seht mal da. Oha. Diese cleveren Rabbids haben eine Kanone so modifiziert, dass sie uns zurück in die uralten Gärten schießen können. Also teleportieren, oder? Das könnte nützlich sein, unser mysteriöser Helfer hat mir die Macht verliehen, uns zurück zum Pilzpalast zu befördern. Und die Kanonen könnten uns zurück an die Front schicken. Es ist nun jederzeit möglich, durch das Pause-Menü zum Pilzpalast zurückzukehren. Juhu. Oder? Ja. Juhu. Okay. Also schauen wir mal, wie das geht. Ja. Noch nicht. Ich glaube das kommt noch. Okay. Also hier kann man seine Waffen kaufen und Team erstellen. Oha. Okay. Ich habe gehört, dass du zu deinem letzten Standort zurück gelangst, wenn du in einer dieser rapidförmigen Kanonen hüpfst. Ja. Juhu. Ich habe fertig. Oha. Ah. Ich muss da rein. Oha. Wo? Wo rein? Wo? Aha. Okay. Waren wir da schon? Ich bin mir nicht sicher. Seht ihr? Orientierung 0. Minus. Oha. 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 So Mann. Also man kann glaube ich vieles übersehen in diesem Spiel. Wenn man so spielte wie ich. Also macht es nicht nach. Ich zeige euch wie es nicht geht. Oh. Toidet. Du hast ein neues 3d Modell gefunden. Sieh es dir im Museum an. Wo Museum wo? Ich sag ich gehe noch mal zurück. Hammer diese Modelle, sie sind zu schön um wahr zu sein. so schön ich werde blind deswegen in vorsicht genießen bitte ich glaube guck mal da muss ich also da kann ich die kamera nicht drehen das finde ich bisschen blöd wenn ich das so sagen darf aber naja gut jetzt glaube ich habe eine runde gemacht guck mal mache ich eine runde ja definitiv abkürzung wieso nicht gleich so genau wie wir würden eine abkürzung nein eine ja eine runde haben wir gemacht aber was ist jetzt komme ich dadurch wenn sich diese blöcke doch nur irgendwie zertrümmen ließen dann könnten wir diesen tödlichen industriellen vorhof zur hölle nach lust und laune besuchen die kommt nicht durch scheiße ok naja ich glaube das kommt noch das ein anderes gebiet das heißt wir müssen gehen wir mal so gefällt euch das spiel leute ich hoffe schon also schon ein schönes spiel diese coins werden noch so viele coins finden wie es aussieht incredible er schlaft armer kerl ich schlafe nicht aber wenn dann würde ich von intelligenten maschinen träumen die die welt erobern wo schlaft da nicht wenn sich diese toren doch nur irgendwie öffnen ließen online dann könnten wir diese schaurigen gefilde unvorstellbarer grauen nach lust und laune besuchen ok gut muss ich darauf schießen kann man ja ich habe noch nicht gelernt wie man das macht ich glaube wir sind wir müssen noch nicht daran ja wie es aussieht ok gehen wir zurück ja super man und jetzt ja ich glaube ich weiß wohin da wo die liebe prinzessin uns den weg gezeigt hat dort müssen müssen wir hin ja ja da kommen natürlich ging gerade das sind noch ziemlich taktisch anscheinend das spiel so wie ich gelesen habe wir sind noch nicht mal am anfang doch doch ja wir haben kaum gespielt das war das war mehrheitlich tutorial bis jetzt aber das wird sich ändern ich glaube wir müssen da lang oder ja was ist da das habe ich doch schon angeschaut museum genau da komme ich auch noch nicht hin ist das war ich da auch schon nein du hast einen neuen soundtrack gefunden findet ja gut schön danke danke immer habe ich gesucht habe ich gesucht was ist das denn neues gebiet da komme ich auch nicht durch gott ich kotze gleich was machen sie wollen den allzeit rekord von eine million ja ok kopfbällen in folge brechen im moment sind es sind sie bei sich zu süß wenn sich diese blöcke doch nur irgendwie bewegen ließen dann könnten wir diese lebensfeindliche gnadenlose einöde nach lust und laune besuchen ich habe noch offen da war ich schon oder da unten war ich ja 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 da war ich da war ich auch noch eine runde machen wir noch eine runde da auch nicht ich glaube da lang nein was ist da da auch nicht ja wir müssen das gebiet bisschen auswendig lernen danach ja so hat man halt die übersicht nicht so endlich halleluja noch nicht gelernt ich glaube da muss ich hin aber schauen wir doch mal zuerst alles an es ist viel erkunden das spiel ist halt schon so ich frage mich wie lange die das schon machen die 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 affen wenn ich meinen die häschen sind alles so ein bisschen zu Das ist so süß irgendwie. Oho! Schnell! Schnell! Nein! Ah, sind das immer 8? Oha! Oho, Goldiger! Lange Zeit auf dich gewartet. Neue Waffe freigeschaltet. UF BWA Blaster. Wie Van Gogh. Verredigt sich die Rabbids neuerdings gerne in ihren eigenen Werken. Aber ja, okay, ich glaube wir haben nicht genug Wie heißt das? Wo kann ich das anschauen? Coins? Wie kann man das anschauen? Gar nicht. Man kann nicht. Bis man welche bekommt. Bis es aussieht. Naja, okay. Ja, die kann man noch nicht benutzen. Also jetzt, das Tutorial ist ja eh fertig. Das heißt, jetzt kommen die richtigen Kämpfe. Ich bin gespannt, wie gut wir sind. Ja, mal schauen. Wird schon gut. Muss gut werden. Auf meine Zuschauer. Auf meine Zuschauer. Auf meine Zuschauer. Let's do it. Wo? 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 Ich will Blut sehen. Ich will Blut sehen. Oder nein. Ich will Ketchup sehen. Ketchup. Ich will den Mario. Ich will den Mario. Ich will den Mario. Ich will den Mario. Wenn schon das Spiel so ist. Dann können wir doch mit den Affen. Äh. Mit den äh. Wie heißt das? Hasen. Äschen. Bunnies. Mit den Playboys spielen. Oh. Der sieht aber schon mal stärker. Ah, hoppsa. Guck mal, die heißen so. Hoppsa. Team hüpfelnder Trottel. Sorry. Trottel. Juhu. Okay, John. Let's do it. Mist. Eine neue Art hoppsender Gegner. Der Teamsprung wird sehr nützlich sein. Nutze ihn zum Vorteil. Aha. Oh. Besiege alle Gegner. Was war das? Unser anonymer Sympathisant hat mir gerade ein Systemupdate gestellt. Ab jetzt könnt ihr vor der Schlacht bestimmen, ob ihr euch Hals über Kopf ins Getümmel stößen wollt oder euch lieber erst Zeit nehmt, um eure Strategie sorgfältig zu planen. Alles dank dieser neuen App namens, ähm, Taktik-Kamera. Probier das doch aus. Dign wan. Ja, sicher ein Schäffer.